Es war so, dass eigentlich bei Scherl eine bestimmte Gruppe von Leuten waren, die in einem großen Konsens miteinander standen. Alles Individualisten. Dann gab es also in den einzelnen Ressorts lauter, aparte Persönlichkeiten. Der aparteste war meines Erachtens Herr Hussong. Ein Vorbild in schreiberischer Hinsicht war natürlich der als Journalist, wenn auch umstritten, aber berühmte Friedrich Hussong, der in der Kunst der Stilistik wirklich einzigartig und vorbildlich war. Herr Hussong, würde ich sagen, war streng national. Er war wirklich ein Deutscher. Und alle Vorkommnisse, die dem zu widersprechen schienen, die nahm er übel und dagegen ergriff er seinen Federkiel. Er war wirklich ein Fahrzeug. Er war wirklich ein Fahrzeug. Er war wirklich ein Fahrzeug. Untertitelung des ZDF, 2020 Der Verleger schreibt an einen Mitstreiter aus der Deutschen Nationalen Volkspartei. Den deutschen Journalisten die Notwendigkeit des Hämmerns beizubringen ist ungeheuer schwer. Sie sind zu wenig Propagandisten, die ihre Kunst in der steten Wiederholung in immer wieder anderer Form erblicken, während der Journalist seinen Ehrgeiz darin sieht, immer etwas Neues zu sagen. Viele der Leute, die wie Sie selbst auch Hoffnungen auf ein neues nationales Zusammengehen gesetzt hatten, Anfang der 30er Jahre, haben dann doch noch einen großen Schreck erlebt, die Reichskristallnacht. Ich kann Ihnen nur sagen, das ist das Furchtbarste, was wir in den Redaktionen bei Scherl erlebt haben. Wir hatten also in der Nacht schon mitbekommen, dass die Synagogen brannten im Hause, neben mir wurden von einem Drogisten die Schaufenster eingeschlagen, die ganzen Apparate geklaut und so weiter. Und am Vormittag kriegten wir dann ja eine Übersicht, weil unsere ganzen Reporter überall hingeschickt worden waren. Und da war uns klar, was geschehen ist. Am meisten erschüttert war für meinen Geschmack der alte Husong. Ich kam in sein Zimmer im Verlauf des Vormittags, da saß der alte Mann am Schreibtisch und heulte. Ich sagte aber, Herr Husong, oh mein Deutschland. Bekenntnis eines Mannes. Und er war entfernt verwandt, so furchtlich war es, mit Rudolf Hess, machte sich auf den Weg und ging zu Rudolf Hess, um ihm zu verklaren, was für alle anständigen Deutschen diese Kristallnacht bedeutet. Fürchterlich. Vorbemerkung von Germania Sarkastisch kommentiert Friedrich Husong im Folgenden die Umbenennungswut der Linken bzw. Sozialdemokraten in Berlin, nach dem Ersten Weltkrieg. Die sozialistische Abrissbirne, die alles wegrollt, was nicht ins ideologische Konzept passt, ist heute aktueller denn je, man denke nur an die Grünen und Annalena Baerbock, die das altherwürdige Bismarck-Zimmer umbenannte, oder gar an Claudia Roth, die doch, vollkommen wahnsinnig, die Bibelferse auf dem wiederaufgebauten Berliner Stadtschloss verdecken lassen wollte. Währet den Anfängen. Im Folgenden nun der Artikel. Friedrich Husong. Gereinigtes Berlin. Aus dem Jahr 1921. In, das russische Ei. Eine Auslese, Berlin 1924. Endlich. Endlich hat's im Blättchen gestanden, dass der Berliner Magistrat sich zu einer lange ersehnten Tat ermannt hat. Der Neid muss es ihnen lassen. An den Kommunisten lag es nicht, dass es so lange dauerte. Sie hatten schon längst den Antrag eingebracht, der Magistrat möge, Zitat, schnellstens eine Änderung der Straßen und Plätze vornehmen, deren Bezeichnungen an das alte militärische, monarchische System erinnern. Zitat Ende. Angenommen hat der Magistrat jetzt einen sozialdemokratischen Antrag, der auf dasselbe hinausläuft, nämlich auf eine Änderung der Straßen und Plätze nahmen, die, Zitat, ohne historisches Interesse sind und nur aus dynastisch-byzantinischen Rücksichten gewählt worden sind. Zitat Ende. Es handelt sich hier um die Beseitigung eines seit Jahrhunderten von dynastischer Überhebung, byzantinischer Speichelleckerei, blutdünstendem Militarismus und verbrecherischen Blutsaugertum angehäuftem Verrat, mit dem endlich aufgeräumt werden muss. Die Sache ist von außenpolitischem und innenpolitischem Belang. Sie ist von der größten volkserzieherischen Bedeutung. Sie trägt in sich die Möglichkeit, zu gleicher Zeit die Bazillen der Reaktion zu töten, und die Keime des Fortschritts lebendig aufgehen zu lassen. Beseitigt werden muss jeder Name, der nach außen Anstoß erregen, und jeder, der nach innen als Reaktionsbazillus wirken könnte. Es mutet fast wie eine befremdliche Lücke im Vertrag von Versailles an, dass darin Deutschland nicht allgemein und grundsätzlich verpflichtet wird, alle Straßennamen abzuschaffen, die das berechtigte Nationale empfinden, eines der gegen uns vertragsschließenden Staaten verletzen müssen. Man muss den Vertrag auch einmal aus diesem Gesichtswinkel betrachten, um zu würdigen, was seine Verfasser uns erspart haben. Umso menschlich versöhnlicher wirkt es, dass jetzt der Berliner Magistrat von sich aus den berechtigten Empfindungen der Entend entgegenkommt. Muss es auf die Mitglieder der verschiedenen Entend-Aufpasserschaften nicht peinlich wirken, wenn sie in Berlin auf Schritt und Tritt durch Straßen fahren, die für sie so unangenehme Namen führen wie Moldtke-Straße, Rohn, Scharnhorst, Gneissenau, Blücher, Alvensleben, Göben, Steinmetz, Lützow und Jorkstraße? Muss es ihnen nicht peinlich sein, Namen zu lesen, wie Großbeeren, Großgörschen, Leipziger, Bell-Allianz, Waterloo-Straße oder wie Weißenburger, Wörther, Belforter-Straße oder gar Seedon-Ufer? Und müssen diese Namen nicht auch in jedem deutschen Hirn immer wieder unpazifistische Vorstellungen hervorrufen? Nach außen aufreizend, nach innen vergiftend. Fort damit! Gleichfalls nach außen und innen Schaden stiften, müssen Namen wie Danziger Straße, Schlesische und Schleswigsche Straße, Saarbrücker, Metzer und Straßburger, Elsässer und Lothringer Straße. Es sind Namen, die nach imperialistischer Eroberungsgier und nach Revanche-Gelüsten, förmlich riechen. Fort mit ihnen! Was geht uns Danzig an, oder Saarbrücken, oder Straßburg, was Schleswig oder Schlesien, oder das Elsass? Es würde einen guten Eindruck machen, wenn wir dabei auch die Friedensstraße umtaufen wollten, denn sie trägt ihren scheinbar ungefährlichen Namen zum Andenken an den Frankfurter Frieden. Wen darf es bei dem so entwickelten Nationalstolz der Franzosen wundern, wenn sie das etwa reizt? Ein besonders peinliches Kapitel ist das Dynastische. Muss nicht ein ehrlicher Kommunist und selbst ein ganz gewöhnlicher Demokrat von Verfolgungswahnsinn befallen werden, wenn er sich und seine Kinder und seine Genossen immer noch täglich durch Laisseestraßen, Prinzessinnenstraßen und Prinzenalleen gehen sieht? Müssen ihn nicht der Königsgraben, die Königsmauer, der Königsplatz, die Königsstraße und die neue Königstraße nervös machen? Oder die Kronenstraße, das Kronprinzenufer, die, verzeihen Sie das harte Wort, Wilhelmstraße, die Friedrichstraße, Heinrichstraße, Karlstraße, Adalbertstraße, der Hohenzollerndamm? Eine andere fürchterliche Gruppe. Die Charlotten, Dorotheen, Elisabeth, Luisen und Viktoriastraße und ihresgleichen. Fort mit den Königen, Prinzen und Prinzessinnen. Fort auch mit Kurfürsten, Burggrafen, Fürsten, Regenten, Markgrafen und Landgrafen, die auf unseren Straßennamen schildern spuken. Sie vergiften die Hirne unserer Jugend. Auch der Byzantinismus gegenüber einstigen ausländischen Tyrannen sei abgetan. Keinen Alexanderplatz mehr. Muss es dem ehrlichen Kommunisten nicht sein, als gleite dort sein Fuß auf Pflastersteinen aus, die schlüpfrig sind vom Blutvergießen des Zarismus? Keine Franz-Josef-Straße mehr. Sie hieß früher einmal Hirschelgasse. Warum nicht unbefangen auch einmal auf das vorgestrige zurückgreifen, wenn es tatsächlich zeitgemäßer ist, als das gestrige? Der Militarismus macht sich auf den Berliner Straßenschildern unerträglich breit. Artilleriestraße, Fusilierstraße, Grenadierstraße, Kanonierstraße, Gendarmenmarkt, Pionierstraße, Kürassierstraße, Landwehrstraße. Wie wollen wir in solchen Straßen dem uns bescherten, ewigen Frieden ein würdiges Geschlecht erziehen? Sie müssen verschwinden. Verschwinden muss das engherzig und engstirnig Vaterländische. Darum fort mit der Ahnstraße. Der Rhein ist Deutschlands Strom nicht mehr. Und schon nicht mehr seine Grenze. Fort mit der Fichtestraße. Keine Reden an die deutsche Nation, die wie Trommelwirbel und Hornsignale in die Herzen schlagen. Keine Schleiermacherstraße. Keine Körnerstraße. Keine deutschen Lieder. Kein deutsches Schwert. Keine Frobenstraße. Deren Name ein denkmalbeschränkter Mannes Treue darstellt. Keine Nettelbeckstraße. Deren Name daran erinnert, dass der deutsche Bürger mehr sein soll als ein Händler. Endlich muss verschwinden, was an Kapitalismus, Reaktion und andere unangenehme Dinge erinnert. Namen wie Kruppstraße und Borsigstraße sind fluchwürdige Huldigungen für arbeiterschweißbetrieften Kapitalismus und blutsaugerisches Unternehmertum. Auf der Potsdamer Straße könnte mit dem Geist von Potsdam die Reaktion marschieren. Lieber fort damit. Kein Name eines Reaktionärs darf das Auge des Mitglieds der BKPD und des Mitglieds des fortschrittlichen Bezirksvereins vor dem Potsdamer Tore künftig mehr reizen. Welche Namen, welche Männer, welche Teufel, der Vater alles Bösen, Bismarck und Brandenburg, Stein, Mannteufel, Dönhöf, Maaßen, herunter von den Straßenschildern. Ob Namen wie Pückler oder Gräfestraße nicht bedauerliche Missverständnisse verursachen müssen? Das arbeitende Volk Berlins hat mindestens einen ernsten Anspruch darauf, dass die Träger seiner Zukunft in der Schule erfahren, es handle sich hier nicht um Ehrungen für den Dreschgrafen Pückler und den reaktionären Abgeordneten Gräfe. Auch die Adolfstraße darf nicht Anstoß erregen. Es handelt sich hier nicht, wie zu erwarten, um einen Prinzen. Es ist aktenmäßig erweisbar, dass sie ihren Namen zar durch allerhöchste Kabinettsorder vom 7. August 1872 erhalten hat, aber auf Anregung des Magistrats, welcher für eine Anzahl Straßen, Zitat, kurze Vornamen ohne geschichtliche Bedeutung, Zitat Ende, vorgeschlagen hatte. Wie leicht ließe sich, ohne wieder den Sinn dieser Anregung zu handeln, der Name dieser Straße durch Magistratspatent auf den sozialistischen Genossen Adolf Hoffmann beziehen. Er ist ohne geschichtliche Bedeutung, und doch dem Volk von Berlin lieb und teuer. Damit sind wir bei positiven Vorschlägen angelangt. Die große Zeit bietet Stoff und Namen genug, das überständige und gefährliche Alte zu ersetzen. Manches wertet sie ganz von selber um. Die Kieler Straße wird künftig im Herzen des Republikaners etwa so klingen, wie einst im Hirn des Alldeutschen, Seedonufer. Der Name Lichtenberger Straße, einst klanglos und gleichgültig, wird in Kommunistenohren wie Glockenläuten sein. Statt Wörth und Weißenburg, Waterloo und Katzbach, heiße es künftig, Biberach und Buttenhausen, Kompien und Versailles. Statt Stein, Bismarck, Friedrich und Wilhelm künftig, Liebknecht, Luxemburg, Levin, Axelroth, Erzberger, Scheidemann, Däumich. Die Eichhornstraße kann so bleiben, doch muss sie von dem einstigen preußischen Minister auf den Polizeipräsidenten Eichhorn umpatentiert werden. Statt Franz Josef und des russischen Alexander, Ehremann-Foch, Lenin, Braunstein, Apfelbaum, Sobelsohn. Statt Kaiserschloss sage man Liebknechtsruh. Die neue Zeit klinge in Namen wie Rätegasse, Betriebsräteplatz, Mieterratsgässchen, Sowjetdamm, Kommunistenufer, Handgranate, Russenallee, Syltstraße, Gölzplätzchen, zur Ersten Internationale, zur Zweiten Internationale, zur Dritten Internationale, Knorbremse, Friedensgasse, Freiheitsgasse, Brotgasse, Sozialismus-Sackgässchen, bei der verdorrten Hand. Die Grenadierstraße würde künftig sinngemäß Gaunerpass heißen, der Kurfürstendamm etwa Schieberdamm. Statt Prinz-Albrecht-Straße könnte die Straße, an der das preußische Abgeordnetenhaus liegt, künftig heißen, an der Blechschmiede. Überhaupt ließe sich manches hübsche, alte zurückgewinnen. Es gab früher in Berlin einen Teufelslustgarten. Man sollte den Lustgarten so nennen, wo jetzt das Städigheim der Sowjetleute ist. Der volkstümliche, alte, vom Bürokratismus leider beseitigte Name, zum Bullenwinkel, wäre ein gründlicher Ersatz für den militaristischen Namen einer der Straßen, die zum Reichstag hinführen. Es gab früher eine, Niederlagsstraße, das wäre ein Ersatz für die wilhelminische, Siegesallee. Das heißt, falls es nicht für die Umnennung der Wilhelmsstraße vorbehalten bleiben soll, die natürlich das Allerdringlichste ist. Aber hier bieten die guten, volkstümlichen, leider verschwundenen Berliner Straßennamen von einst auch sonst manches brauchbare. Etwa Kannegießergasse oder Arme Sündergasse, oder Sackgasse, Steinweg, Verlorene Gasse, oder Moderloch. Das gab es hier alles einmal. Lauter Gutes, Altes, Echtes Volksgut. Man sieht, Möglichkeiten in Hülle und Fülle. Was kann's schaden, dass der Spaß der Stadt etwa zweieinhalb Millionen Kosten, drei Jahre Zeit brauchen, und allen Anwohnern unendlichen Wirrwarr, Kosten und Verdruss bereiten wird? Man muss das Gute auch unteropfern wollen. Dann kann auch die Geschichte vom Nussbaum Krause nicht schrecken. Was das für eine Geschichte ist? Eine wahre Geschichte. Ein Mann hieß Krause, weil vor seinem Haus ein herrlicher, alter Nussbaum stand, hieß er der Nussbaum Krause. Das vergelte ihm das Leben. Eines Tages wollte er dem Ärger ein Ende machen und hackte den Nussbaum um. Seitdem hieß er der abgehackte Nussbaum Krause. Hoffentlich geht's dem Berliner Magistrat mit einem neuen Straßennamen nicht so, wie dem Nussbaum Krause, der einen neuen Namen wollte.